So Freunde Willkommen zu diesem Video, wir werden uns Anushka angucken, die Monatsheldin vom März 2024 und es ist wieder an der Zeit, dass es ein lila Held ist. Sie ist Druidin und hat Regeneration als Alpha-Fähigkeit. Okay. Ist halt da. Ist jetzt nicht so geil und krass, aber es ist halt da. So das Passiv kennen wir von den Astral-Elfen unter anderem. Sie ist nicht davon betroffen, wenn irgendeiner Blindheit macht, da wird sie nicht blind. Also im aktuellen Fall sind es zum Beispiel die Goblins, die das immer machen. Das juckt sie herzlich wenig. Und Lebensregeneration bei negativer Statusänderung. Der Charakter stellt 10% Leben wieder her, wenn er eine negative Statusänderung oder einen negativen Stapel erleidet. Okay. Ja. Ist halt gut. Ist ein netter Nebeneffekt, wenn da was Negatives einprasselt, dann hält sie sich ein wenig. Schön für uns. Oder halt auch schlecht, wenn sie als Gegner dasteht. So, seltsamer Weihrauch. Ist auf jeden Fall mittleres Mana. Okay. Alles ist besser als langsam. Sagen wir mal so. Für Monatshelden, ne? Heilt alle Verbündeten um 25%. Das ist erstmal nicht viel. Also es ist, ähm, es ist aber auch nicht wenig. Es ist halt 25%. Ähm, ja, könnte mehr sein, muss aber nicht. Machen wir mal so. Stiehlt alle bannbaren Boni um Ziel und verteilt sie zufällig auf Verbündete. Also alle Boni, die wir bannen können, können wir klauen. Das heißt, wenn da ein Ludwig an ist, klauen wir ihm alles. Ist halt nur von einem, ne? Ist halt ein bisschen schade, aber wenn dann, äh, dann Ludwig hat den Spott und ich glaube auch hier diese Schutz vor Spezialfähigkeiten, den blauen Helm, ne? Dann kann es sein, dass Anushka sich den Helm gibt und auf, äh, keine Ahnung, auf den Schreckensstern den, äh, Spott legt oder sowas. Oder meistens legen die den ja immer auf den Heiler. Also würde sie sich den selber geben. Ja, sowas Undankbare. Ähm, macht Ita ja auch meistens. Also als ich sie gespielt habe, hat sie irgendwie, wenn ich Ludwig den Spott weggenommen habe, partout diesen Spott einfach auf meinen Heiler gelegt. Und der dann alles abgekriegt hat und dann war er tot. War also immer ganz klasse. Deswegen, ähm, ja, ist, ist okay. Äh, muss man halt nur, man kann es halt nicht kontrollieren, auf, auf wen es halt geht, ne? So. Das Ziel schläft ein. Einschlafen kenne ich bisher nur von Balba, dem Monatshelden. Ähm, das ist, äh, so eine kleine Neuerung, sage ich jetzt mal, dass sowas wieder kommt. Also nicht Neuerung, aber es lebt wieder auf. Im Schlaf kann das Ziel nicht angreifen oder Mana gewinnen. Okay. Also keine Outdoor-Attacks, kein Special und es gibt kein Mana. Von mir aus. Ist schon mal nicht schlecht. Der Schaden, der dem Schlafenden Ziel zugefügt wird, wird es um 40% erhöht. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, wenn wir da Schaden machen, also sei es durch Specials oder durch Steine, plus 40%. Das wird natürlich, ist natürlich enorm, wenn du sowieso schon die starke Farbe Farbe mitnimmst und mit der starken Farbe dann in die, in den Tank rein spielst. Also ich sage jetzt einfach mal, Ukonen ist da, der schläft gerade und du hast da so vier blaue drunter, dann fahren die ordentlich Schaden. Also man könnte mit so drei, vier Steinen, da könnte man schon massiven Schaden machen. Das schlafende Ziel wird geweckt, wenn es Schaden erleidet. Okay, also, so wie es meistens ist, so ist, diese Fähigkeit gibt es auch bei Gemstone. Ähm, wenn dann, äh, Gegner schlafen und du triffst sie dann, dann wachen sie halt wieder auf. Ja. Und ich glaube, das war bei Balba halt auch in dem Fall so. Ähm, wird geweckt werden. Schaden hat er Schaden durch Lakaien und Feinde ist ausgenommen. Okay, also die kleinen Ticker da, die, äh, wecken ihn nicht auf. Aber halt, sobald ein Stein reingeht, ist er halt wach. Das ist natürlich nicht so geil, aber alles andere wäre ja auch irgendwie Blödsinn, ne? Okay, das war's schon. Elementare Verbindung verleiht allen Schattenverbündeten plus zehn Prozent zusätzlichen Schaden durch Spezialfähigkeiten für vier Züge. Der Effekt kann nicht gebannt werden. Okay, das ist natürlich ganz nett, wenn man sie mitnimmt und, ähm, sie löst aus und der Tank ist gelb. Dann kriegen alle, äh, lila Helden noch zehn Prozent zusätzlichen Schaden. Zusätzlich die plus vierzig Prozent Schaden, dann macht man da ganz guten Schaden mit lila Stein auf den gelben Tank. Okay. Ja. Das Schlafen ist eine ganz nette Sache. Man kann, rein theoretisch muss man sich, wenn man jetzt mal so überlegt, wir würden Anushka feuern auf einen Helden, der in der Ecke steht. So. Dann schläft er. Und es passiert nichts. Ja. Du hast theoretisch, ähm, dann mit dem nichts zu tun. Sobald ein Stein rein fliegt, ja klar, dann, ähm, wacht er wieder auf. Das heißt, das sollte man versuchen zu verhindern. Problem ist, manche Kaskaden kann man nicht verhindern. Dann, äh, trifft er halt. So, das ist natürlich dann nicht so geil. Ähm, was man machen kann, ist natürlich dann so ein Helden in der Ecke, sag ich jetzt mal, wenn man, ähm, ja, keine Ahnung, wer ist denn da in der Ecke? Er ist egal, wer da in der Ecke ist, ja. Aber du hast dann zum Beispiel einen Sniper dabei, im eigenen Team, so einen Gelat oder sowas, so einen dicken Sniper oder ein Schar von mir aus, ja. Und, ähm, dann weißt du, okay, der Helden hat vielleicht vorher schon ein paar Steine reingekriegt, er steht da hinten so bei, bei 70, 70% Leben, lebt aber. Dann weißt du, okay, Schar ist ein dicker Hitter, plus 40% erhöht der Schaden auf dem schlafenden Gegner. Feuerst du mit Schar rein, dann könnte der tot sein. Das heißt, du kannst im Endeffekt einen Helden stoppen und davor bewahren auszulösen, ja. Das kann natürlich, je nachdem, welcher Held das ist, kann das natürlich hilfreich sein. Oder wenn du siehst, ähm, der Tank löst jetzt gleich aus, ich feuere Anuschka mal, weil, ähm, oder machen wir es anders, ähm, der Tank würde jetzt gleich feuern, du hast vier Steine da drunter, die reichen aber nicht, um ihn zu killen. Also denkst du dir, okay, ich feiere Anuschka drauf, er schläft, aber wohl wissend, dass du ihn in der nächsten Runde aufwächst, dir aber diese plus 40% erhöhten Schaden zunutze machen willst, weil du dann denkst, okay, durch diese 40% könnten diese vier Steine oder drei Steine, die da drunter sind in der starken Farbe deutlich mehr Schaden machen und dadurch könnte man ihn killen, wo man ihn vielleicht vorher nicht hätte mit killen können. Ähm, das ist vielleicht auch interessant gegen, ähm, vor allem gegen Ukonen, wenn man sowieso einen Attackdown hat, dann kann der das so ein bisschen gegebenenfalls ausgleichen, dass man dann zumindest einen normalen Schaden macht, oder, so wie vor dem Attackdown. Ähm, man muss natürlich aufpassen, es bringt nichts, sie zu feuern, wenn man weiß, danach, äh, mache ich einen Diamanten und alle Helden werden getroffen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja? Weil im Endeffekt ist es ja auch so, selbst wenn dann in der Kaskade Steine kommen, unter dem Tank, in deiner starken Farbe, die machen ja dann nicht mehr diese plus 40% erhöhten Schaden, wenn halt vorher irgendein anderer Stein da zuerst getroffen hat und den Helden aufgeweckt hat. Das gilt ja wirklich nur, wenn er schläft, ne? Und, ähm, deswegen muss man da so ein bisschen, bisschen aufpassen, dass womöglich ein bisschen timen. Äh, ich hab tatsächlich keine Erfahrungen mit Helden, die man schlafen legen kann. Also, nur durch Gemstone, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, ist ganz, ist ganz nett, kann, kann gut sein, aber, ähm, das größte Problem, was ich tatsächlich sehe, ist halt, äh, Timing, ne? Äh, weil das macht ja schon viel aus hier, dieser, dieser Schlaf. Weil im Endeffekt sonst heilt sie und klaut, klaut den Bonus von ihr, von allen, vom Spotter oder wie auch immer, ne? Ähm, das ist ja, das ist ja an sich ganz gut, aber dieses Einschlafen, das nimmt halt auch viel von ihrem Special. Und wenn du halt jemanden einschläfst, schläfst und danach Diamanten machst, dann hast du nichts bei gewonnen, irgendwie, ne? Also, es muss vom Timing her passen, dass du weißt, okay, da gehen jetzt keine Steine rein, da treffe ich den Gegner nicht, damit er dann halt ein bisschen schläft. Weil der Schlaf ist ja eigentlich nur dafür da, um einen Gegner rauszunehmen. Also, ähm, weil das, das Problem, was ich ja sehe, ist, er, wenn er im Schlaf ist, der Gegner, kriegt er keinen Mana. So, aber wenn man jetzt den Diamanten macht oder eine Kombo macht und einen Stein geht da rein, dann wacht er auf und alles, was durch die Kaskade kommt und in ihn reingeht, triggert ja wieder seinen Mana. Ja, also, man hat praktisch nur für den ersten Stein irgendwie dann keinen Mana beim Gegner generiert. Ist halt ein bisschen, bisschen tricky. Ähm, kann ich so gar nicht, ehrlich gesagt, einschätzen, ob das so geil ist, diese Schlaffähigkeit. Leute, die mit Balba spielen, werden es mir wahrscheinlich sagen können. Äh, was man, was man natürlich machen könnte, ist, ähm, dass man halt, äh, versucht, aber dann muss, sie ist ja auch mittel, dann müsste sie mehrfach auslösen, wenn man, sag ich mal, eine Seite lahmlegt. Also, das sind dann, ja, zwei bis maximal drei. Aber lass mal mittleren Helden so oft auslösen, sodass du dann halt einfach auf der anderen Seite spielst, weißt du, dass du, wenn du sie, wenn du weißt, okay, ich krieg Anushka an, fokussiere ich mich mit ihr auf der, auf die rechte Seite zum Beispiel, damit ich dann links, ähm, spielen kann und praktisch ein, ein fünf gegen drei provoziere, ja, weil die anderen beiden da schlafen und erstmal rausgenommen sind. So, das Ding ist aber, wie oft habe ich auf der linken Seite eine, äh, ein Match gemacht, was dann sich bis auf die andere Seite rübergearbeitet hat, durch irgendwelche dusseligen Kombinationen. Immer sehr undankbar. Passiert tatsächlich auffallend häufig, ja, und dann ist das alles, äh, hinfällig. Oder manchmal ist es halt einfach so, du kannst wirklich nur einen Move machen und der ist dann genau da, wo dann vielleicht das Ziel schläft, ähm, bin ich ein bisschen skeptisch. Also, das ist ein Held, der, ähm, mir sehr, zu sehr lastig ist auf diesem Schlaf, den man dann aber auch durch die Kaskaden, die kommen, die man teilweise ja auch wirklich nicht vorhersehen kann, zunichte gemacht wird. Also, äh, ja. Sie ist da als Monatszelt, aber ich glaube nicht, dass sie ein geiler Monatszelt ist. Es ist, es ist, ich kann mich auch täuschen, weil ich nicht so die Berührungspunkte mit, mit der, mit der Schlaffähigkeit hier hatte, bisher. Ähm, werden vielleicht andere besser wissen, die schon mal mit Balba gespielt haben oder so, äh, das, das, könnt ihr mal gerne reinschreiben. Aber ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Einschlafen. Ja, ähm, was natürlich geil ist, ist, ähm, wenn du halt da wirklich, äh, zum Beispiel, da, da wird sie dann wieder richtig gut sein, ähm, wenn du, sag ich mal, in der Ecke einen hast, wo du weißt, wenn der auslöst, der killt mir alle. Oder der Reviver. So, ich habe vorhin PvP gehabt gegen, gegen Lisa Noah, die von dem, ähm, Clash of Knights, die Wiederbeleberin. Ähm, die hat permanent alle wiedergeholt. Permanent. Und wenn du natürlich so eine dann lahmlegen kannst und hast vielleicht auf der anderen Seite Platz zum Ghosten und du kannst da spielen, dann kann die dir ja egal sein. Die kriegt kein Mana, die kriegt nichts und du spielst die ganze Zeit auf der anderen Seite und holst dir, äh, deine Steine. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht im Rush, ne? Wenn du dann merkst, okay, Charlo auf der einen Seite, äh, der Reviver auf der anderen als Beispiel. Du hast beide schlafen gelegt und ghostest die ganze Zeit in der Mitte und hoffst dann da, ähm, deine, deine Steine zu kriegen, um dann die, äh, rauszuhauen. Weil ja dann auch noch der Schaden erhöht ist. Also, sie kann gut sein, ja, aber ich glaube so, ähm, sie wird nicht flächendeckend, äh, gespielt werden. Also, äh, unabhängig davon, dass sie Monatsheld ist und dementsprechend halt auch nicht so die krassen Werte hat wie, äh, die neuen Helden aus dem Portal, ja? Aber, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie punktuell eingesetzt wird, aber, ähm, nicht, nicht so krass, nicht so einen krassen Impact haben wird und dass viele mit ihr so spielen werden. Ich könnte mir vorstellen, im Rush könnte man sie vielleicht das ein oder andere Mal sehen, aber dann auch mehr in der Offensive als in der Defensive, ja? Dass sich wirklich Leute das mit dem Schlafen zunutze machen und Carlo oder den Reviver, äh, stumm legen wollen zum Beispiel, äh, um den erstmal aus dem Kopf zu haben. Er steht ja sowieso hinten in der Ecke, dass da deine gespielt werden, ist erstmal, solange die anderen da sind, relativ unwahrscheinlich. Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, wie verhält sich das mit dem Schlaf? Ist Immunität drauf? Bringt der Schlaf nichts? Ähm, kann man dem Schlaf widerstehen? Also, Kleriker und Mönche, vermute ich mal, ähm, muss man ein bisschen, also, ich müsste ein bisschen mit ihr spielen, um dann wirklich sagen zu können, okay, ist jetzt richtig gut oder ist halt nicht so geil. Aber so an sich, sie ist da, man wird sie womöglich das ein oder andere Mal spielen, aber sie ist jetzt nicht, wo ich sagen will, das ist ein Monatsheld, den musst du sofort leveln, ja? Ist halt, ist er halt nicht, ganz einfach. Ja, gut. Das war's von mir. So Monatsheld für, für Türme, Events und sowas nicht zu gebrauchen, ne? Ist klar. Für, ähm, äh, Turniere gleich in grün wie, wie Kriege und sowas, ne? Weiß ich nicht. Wenn, wenn, wenn dann in der Offensive, nur in der Defensive nicht, weil, ähm, ja, auch da ist es ja so, wenn sie jetzt in der Defensive ist, die schläfert dann beim Angreifer einen Helden ein und was ist dann? Der nächste Auto-Attack trifft dann und dann ist er wieder aufgewacht. Also, ähm, jetzt nicht so viel, ne? Ja. Das mit dem bannbaren Bonus, das, äh, das klauen könnte ganz gut sein, wenn's um Spotter geht und so, aber, ja, es ist ein, es ist ein Monatsheld, der halt nicht den krassesten Impact haben wird. Okay. Gut. Falls ich was vergessen haben sollte, falls ihr Anmerkungen habt, schreibt sie gerne rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.